also leute willkommen zu einem weiteren video von mir ja nicht wirklich wenn ich mir natürlich nicht wieder etwas bestellt hätte und zwar habe ich mir klamotten von devshop bestellt und zwar hat er absolut überbost natürlich den neuen drop von der kollektion deus maximus ausgehauen zu heftig geworden sind glaube noch ein paar andere sachen dabei aber ich würde mal sagen wir machen das ganze jetzt auf wie gesagt hier ein karton von devshop so wie man sie kennt ich muss schon ehrlich sagen mit dem versand von devshop bin ich überhaupt gar nicht zufrieden es dauert manchmal manchmal dauert es fünf tage manchmal drei wochen ist wirklich grauenvoll da würde ich euch definitiv zu anderen seiten aber wenn ihr die klamotten vom boss oder allgemein geile klamotten kaufen dann kommt ihr da höchstwahrscheinlich drumherum wie gesagt also ich habe hier einmal ein deus maximus ich glaube es ist ein t-shirt grüße ich mache es mal kurz auf size m eigentlich trage ich gar keine m weiß gar nicht warum ich mich mit der schulter und der schulter entlang dann habe ich hier noch ein t-shirt ich würde sagen das steht gleich hier das ist ein ähnliches t-shirt das ganze diesmal in L in der postengröße hier auch wieder mit dem massage style diesmal nur auf den nacken und hier das deus maximus ja logo ist auf jeden fall auch sehr sehr geil dann habe ich mir noch ein hoodie gegen in der größe L jawohl der schaut auf jeden fall sehr sehr geil aus so hier deus maximus von hinten sieht das ganze so aus ja mehr oder weniger ein chilliger weißer hoodie hier unten nochmal das drauf gestickte drauf genähte feier ich auf jeden fall mega dann habe ich mir noch die jogging große in schwarz gestellt in der größe xl die meisten rosen von mir sind eigentlich im xl je nachdem wie sie ausfallen ist dann halt ein wenig weiter oder halt oder passt es perfekt kommt ganz auf die marke drauf an die sind alle anders geschnitten hier seht ihr links und rechts jeweils deus maximus mit zu einem weißen stripe noch die hose schaut auf jeden fall sehr geil aus ich habe diese mal kurz an also ich habe die hose jetzt an diesmal überbequem wie gesagt dies etwas weiter ich habe es jetzt in größe xl L würde auch passen aber an sich ne ich würde schon sagen xl ist schon die bessere l dann was haben wir noch hier größe L ich weiß nicht die ganzen Produkte haben ca. 400 Euro gekostet wie die anderen Pakete alle auch außer von Steiffel das waren 600 hier größe L ein deus maximus sweater feiere ich auf jeden fall mega sieht übertrieben geil aus kann ich mir eigentlich gleich anziehen was haben wir hier noch jetzt haben wir hier noch ein t-shirt am start ist an sich nichts besonderes den Hangtop davon habe ich auch hier in der größe L müsste es sein nein auch M und noch ein Uli von dius maximus ich bin auf jeden fall für die nächste zeit hier ausgeschnappt eigentlich bräuchte ich mir gar nichts mehr kaufen aber die kaufsucht lässt natürlich nicht nach ich sag euch ernst mal in der kaufsucht das ist nicht gut und den alten Fahrräd ja den wird man natürlich auch nicht enttäuschen von seiner Kollektion hier ein t-shirt das sollte ich unbedingt haben feiere ich übertrieben ich denke das ziehe ich mir jetzt an den habe ich auch schon im blau den gab es hier noch in einem beigen den habe ich schon im blau gehabt und das beste Ding ist auch wieder ein t-shirt hier von hier ist was los in der größe M was soll ich dazu sagen ein geiles t-shirt kann man sich auf jeden fall kennen wie gesagt unterstützt den boss hier dabei t-shirts werden euch auch runter qualität nicht enttäuschend und optisch so wie auch relativ gut aus ich habe hier jetzt mal den t-shirt an in größe xl ist auf jeden fall schon oversize geschnitten und ich habe natürlich noch xl bestellt ja so sieht das ganze da noch von hinten aus wie gesagt freunde das war meine bestellung von devshow in den anderen videos seht ihr natürlich was ich sonst noch bestellt habe in dem anderen video davor findet ihr meine bestellung von devshow waren auch ungefähr 400 euro und paar hoodies paar hosen dabei kann ich euch auf jeden fall empfehlen hier mal ein vorgeschmack ist ein devshow hoodie mit einem gucci stripe in weiß das ganze gibt es auch noch an schwarz habe ich euch in einem anderen video natürlich vorgestellt ja wie gesagt freunde wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da fach blöcke ist halt auch wie gesagt warte 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 warte